Der war Maurer, der hatte übrigens eine Anhängerkupplung dahinten. Und ich fuhr hinter ihr her, weil sie mir den Weg weisen wollte. Was das Problem war, ich war Juso, sie war dann sozialdemokratisch, die Ampel wurde rot. Sie hat gehalten und ich hab als Juso gedacht, wenn eine Ampel rot ist, kannst du eigentlich weiterfahren. Also schwupp war ich bei ihr auf dem Wagen. Das Problem ist, ihr Wagen war total heil, sie hatte ja die dicke Anhängerkupplung von ihrem Vater. Und mein Auto war vorne kaputt. Also das war nicht unsere... Ja, der Vater, der hat... Also so haben wir uns nicht kennengelernt, wir kannten uns schon vorher. Und ich hab Andrea gebeten schon... Du bist der Einzige, der mir bisher in die Karate gefahren hat. Ja, ich bin der Einzige, der mir bisher in die Karate gefahren hat. In die Karate.